Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lightning Returns Final Fantasy XIII. Ich möchte euch einiges zeigen. Ich habe meine Garnituren ein bisschen geändert, was daher rührt, dass wir jetzt doch zum Boss gehen. Ich bin rumgeirrt zwei, drei Stunden und habe versucht, hier diese Dinger zu kloppen, aber die kamen einfach nicht mehr. Ja, mit diesen Dingern meinte ich natürlich, oh Gott, jetzt muss ich niesen, kleinen Moment. So, ich meinte natürlich Erdfresser. Also ich habe keinen gefunden, ich bin die ganze Zeit im Kreis gelaufen, habe total viele Dings verschwendet, dessen Namen mir gerade auch nicht einfallen. EP, ja. Und ja, wir gehen wahrscheinlich nur mit vier EP in den Kampf, das wird ein Spaß. Jedenfalls, in alle Fälle, habe ich hier die Rüstung aufgrund der Zustandsresistenzen genommen, anstatt meinen Heiligen Ritter oder was das da ist. Aber das werde ich definitiv zurückwechseln. Deshalb habe ich auch das Ding da noch dran gelassen. Wobei das bei der Rüstung echt blöd aussieht. Hm. Ja, ich weiß, das ist jetzt schon wieder unnötiges Zeitverschwenden, aber ich finde das wichtig, dass man gut aussieht. Ich meine, ich kann mir auch einen Apfel am Kopf setzen, aber das wollte ich bestimmt auch nicht. E-Gitarre, jäh. Wenn ich irgendwann ein Outfit finde, was dazu passt, dann packe ich auch die E-Gitarre dahin. Ähm, ich habe letztens übrigens einen Kommentar gekriegt, wo es dann hieß, auch die Aparzone sieht ja gar nicht so schlimm aus. Da gibt es Schlimmeres. Äh. Zum Beispiel diese Kleider. Ich muss sagen, ähm, mir gefallen die Kleider jetzt auch nicht so. Wenn ich ganz ehrlich bin, das ist nicht so meins. Was hatten wir denn hier für ein Accessoire? Ich hab's vergessen. Haben wir nicht einfach so einen ganz normalen Hut jetzt hier? Hm. Ich meine, ich möchte schon ein bisschen seriös rüberkommen, wenn ich jetzt hier mit Fang spiele. Das Rot wäre ganz hübsch, aber das beißte ich ein bisschen mit dem Rest. Was war das? Achso. Ach ja, ich kann mir damit Stunden verbringen, ich weiß auch nicht, dass es... Ach, nehmen wir die hier. Die hat die auch, glaube ich. Ja. Weichen wir jetzt nicht so viel von unserem Stil ab. Ähm. Jedenfalls habe ich hier, äh, jetzt EP-Effizienz. Damit wir Glück haben, dass das vielleicht auch so funktioniert. Ähm. Wobei wahrscheinlich, ähm... Peinresistenz, Fluchresistenz. Ähm. Mach dich Resistenz gegenüber Fluch. Wenn ich jetzt auch nur wüsste, was Fluch macht. Hm. Hm. Ich glaube, ich hab keinen Bock auf Gemach. Ah. Wobei auf Depot-Test habe ich auch keinen Bock. Das haben wir ausgerüstet. Hm. 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 Geh, die Abwehr steigt. Wo sehen wir eigentlich unsere Abwehr? Ach, egal. Ähm. Morbid, Nebel, Fluch, Pein, Gemach. So. Gift wär geil, aber das haben wir nicht. Hm. Blut hast. Hm. Sammlerseele. Högt die Wirkung von Heilgegenständen. Ja, komm, bleiben wir bei Gemach. Ähm. Eigentlich wollte ich den Scharfschütze wegmachen. Ich weiß jetzt nicht, warum der noch da ist. Machen wir mal Fluch. Ich weiß auch ehrlich nicht, wo das Gift-Ding ist. Naja, hier haben wir über den Windgott Reif drin. Ähm. Hier Sturmschneise. Äh, Jägermaske, damit wir die positiven Dinger von ihm wegnehmen können. Ähm. Das ist gerade irrelevant. So. Äh. Resistenz, Gemach, Resistenz. Morbid, D-Wall und D-Protest und Blocken. Gemach, Blocken, Aero-Finale und Eisra ist eigentlich über. Wir brauchen eigentlich nur Aero-Finale, weil der halt anfällig auch Aero ist. Ja. Und, äh, mit den drei Rüstungen, wo ich jetzt speichern werde, dass wir das, äh, jetzt so geändert haben. Ähm. Speichern wir hier. Brennen wir jetzt hier weiter. So. So. Wenn wir das hier öffnen, werden wir mit den Klavis auf den Klaasen zu Ende. Und wer weiß was, was noch? Ich würde noch nicht bewerben, dass ich deine Schäuze unterteile. Hm. Ich muss mich noch ein Erinnerung. Wie lange, wie du denkst, dass ich hier in der Dessert bin? Naja, Outseer, eher Inseer, oder? So, ist hier was? Was wie Kisten oder so? Gucke ich dann nach. Ich denke immer nicht, dass der Raum zusammenbrechen wird. Sicher? Alles gut? Oh mein Gott, die fehlende 13. Stunde. Davon haben wir auch schon mal was gehört. Irgendwann. Oh, jetzt schlägt's 13. Ja, ich weiß, meine Sprüche waren auch schon mal besser. Oh, damn. Kannst du das? Es ist wie eine Art von Füßen, die auf meine Brüche schlägt. Es gibt keine Frage. Das Artifakt ist definitiv emittingen Powerful Energy. Kein Mensch hätte das gemacht. Nicht ohne Divine Hilfe. Either das oder die Gäste selbst machte es. Hope, fill uns in. Was ist passiert? Es sind die Seculars. Sie sind nahe und sie sind armiert. Ich bin sorry. Sie müssen in der Chaos schlafen. Es ist okay. Nein, forget about it. Fang, es sieht aus wie die Seculars haben... Sorry about this, Vanille! Fang! Was machst du? Das ist das, was du hast. Ich lasse jemanden nicht mehr. Wenn Vanille benutzt das ganze Ding, sie sterben. Was bedeutet das? Das Ding! Es ist eine blöde Kurs. Ja, purifizieren die Todes. Verwenden sie zu der Eternel Reste. All it'll take is the life of a saint. Vanille ist dead set on going through with it. She'll martyr herself to the past and then... Huh? You bastards wanna take it from me? Huh? No! You have done an admirable job. The Sacred One will doubtless be pleased. Allow us to thank you on her behalf. Hm. Get the Holy Clavis! You called her the Sacred One. But you're the ones who want her to die. That ceremony is not gonna happen. Hear this, heathen. You insult the order of salvation. And in doing so, you blaspheme our almighty God. God's judgment be upon you. May you repent with your death. They'll get the hands on the Clavis over my dead body. So light? You wanna lend me a hand? You're asking now? Let's do it, Feng! Oh man, my dead young on my way. Wir hauen erstmal drauf mit allem was wir haben Und dann haben wir das, was ich függen kann. Oh, das ist nicht so gut, aber das ist nicht so gut. Egal was er gemacht hat, ähm, wir haben ihn plattgemacht. Ist hier schon so overpowered? Ist hier krass. Ich weiß nicht, was ich hier bin, was ich hier bin, was ich hier bin, was ich hier bin. Sie werden Vanille um die Säulen aus dem Chaos mit den Klavis zu holen, und dann zerstören sie. Kein mehr Säulen, kein mehr Säulen. Sie werden sie alle zerstören? Vanille versteht, was sie machte? Sie weiß es. Wie sie weiß, dass sie sie töten. Und sie sagt, sie muss es tun. Sie sagt, es ist die einzige Weg, um die Lachen zu hören zu hören. Die einzige Weg, um sie zu retten. Und Sie wollten sie sterben. Also versucht ihr selbst den Klavis zu holen. Ja, das war der Plan. Ich warst für ihn, okay. Aber nicht um ihn zu geben, sondern um ihn zu retten. Ich wusste, was passieren würde, wenn die Säulen getroffen hat. Vanille würde sich töten, für eine Lüge. Also habe ich mit den Banditern hier, und auf die Ruhe. Und so lange nicht jemanden gefunden hat, kann ich gut genug sein. Also ein Masterplan. Ich musste sicher, dass der Savior nicht die Klavis zu holen. Ich hatte die Säulen. Ich hatte gar nicht zu vertrauen, wie du. Das ist schwer. Du hast sogar Angst, dass dein altes Freund, Lightning, sie spierst auf sie, wie sie dich schüttet hat. Aber ich glaube, das ist nicht so anders, wie ich spierst auf dich. Ich musste lange warten, um die Leute zu retten. Du? Du bist derjenige, der uns ledte die Säulen? Ja, genau. Und ohne Hoffnung, dass sie eine Sache bemerkt. Jetzt die Ordnung hat ihre kleine Klavis, und sie schüttet einen Weg zurück in Luxarian. Ich kann nicht warten, um diese Säulen zu sehen. Kannst du? All diese unendlichsten Säulen, die immer wieder purierten, in return von Vanille? Auch die Säulen, die eine Sarah warst, die nicht mehr existiert. Wenn die Säulen stattfindet? Es wird passieren, am letzten Tag des Weltes. Als die letzte Säulen beginn, die Säulen zu entdecken, Vanille wird die Klavis und beginnen die Säulen. Entdecken sie wieder so aus. Fang. Vanille, wird sterre. Du nie sagst mit Min's. Und ich können sie nicht öffnen. Wie ist dein Punkt? Ich sehe die Säulen, indem sie das sie öffnen wollen. Wenn Aneel wünscht für die Todesmacht, dann muss ich es lassen. Ich habe keine Wahl. Du sagst, dass du sie sterben würdest? Ja, wenn sie sie nicht verändern will. Ich kann es nicht für sie machen. Du bist der einzige, der weiß, wie sie fühlt. Der einzige, der kann sie aus der Dunkelheit schützen. Du hast immer. Ich habe keine Fehler im Allem vom 따라geist. Ich habe keine Fehler im Allem. Du hast von euch gegenseit. Sie wissen, wie es sich zum Lea machen. Ich habe nichts will. Aber ich meine, nicht. Ich bin das, auf dem Lea. Wir haben das Spiel beendet. An Tag 7. Okay, wir haben 500 TP dabei gekriegt, nochmal 10 ATB, 28 Angriffskraft, 56 Magie und Heilkapazität. Ähm, da fällt mir ein, jetzt werden wir erst einmal Kronostasis verwendet. Hm. Hier ist echt nichts. Hey. Wenn ich jetzt tanzen könnte, hätte ich irgendwie Spaß. Naja. Aber ich muss sagen, die Kammer ist schon schön, besonders diese blauen, brennenden Lichter ohne Sinn und Verstand. Na ja, richtig.